AltaZone ist seit über 20 Jahren Marktführer im Bereich hochwertiger Kopfhörer. Ein guter Kopfhörer entsteht durch exzellente Fertigung, höchste Qualität und patentierte Technik. Unsere Produkte sind bei DJs und in Tonstudios genauso zu finden wie bei Hi-Fi und High-End-Geniesern. Über 60 Patente zeigen die Innovationsstärke von Ultrason. Etwa S-Logic. Die dezentrale Anordnung der Schallwanderer sorgt für einen räumlichen und natürlichen Klang und eine detaillierte Auflösung, wie Sie sie noch nie gehört haben. S-Logic schont Ihr Gehör. Der Schalldruck ist bis zu 4 Dezibel niedriger als bei herkömmlichen Kopfhörern. Und das bei gleich empfundener Lautstärke. Eine einzigartige Technologie und auch die Besitzer von mobilen Geräten, wie MP3-Player oder Telefone, kommen in den Genuss von portablen Ultrason-Kopfhörern. Die Pro-Serie von Ultrason wurde gezielt für den professionellen Audio-Sektor entwickelt. Sie ermöglicht verbesserte Ergebnisse bei optimaler Ergonomie. Weltweit werden unsere Produkte in über 50 Länder vertreten. In den USA unterhalten wir eine eigene Niederlassung. Speziell in Japan und in China sind unsere Kopfhörermodelle sehr gefragt. Die hochwertigen Produkte stellen wir in Tutsing her. Einzigartige Qualität. Handgefertigt in Tutsing. Somit made in Bavaria. Einzigartige Qualität von Ultrason-Kopfhörern Vielen Dank.